hallo leute herzlich willkommen wieder bei der nächsten folge fallout 4 ich mache mir ein bisschen licht das sollte ein bisschen hell sein das kann man nicht gut sehen kann man nicht gut sehen so wie haben wir abgehörte schon wieder sind wir uns mal gute gemacht mein muttern freund so wir haben hier aufgehörten letzten zwei haben wir waren wir voll er ist schrank macht mir keine angst ich gedacht monster kommen gleich mit kölnig gleich was haben wir da also normal moni schluck moni das werde ich nicht ja nein oh man ich suche muss er geht hier gibt es irgendwo bombe atomo atom bombe ist auf unsere welt geschlagen und will und umbringen ohne scheiß doch auch keiner tschüss so neuner ja bitte gibt es kein stärken geht geht so neuner ja rader da ist einer hallo so neuner ja ist er da also überall schießen ich gehe ich gehe unter mir ist zu blöd mir scheiß zu blöd diese woche ist zu schwach dieser lade der solange nicht toll muss ich schon wieder laden nein das wird nicht schlecht endlich auf den boden bist du geschlagen und wer das ist nicht mehr aufstehen was was das ist passiert ich mache zwei schilder explodiert leute ich mache mir anders ich gehe nicht dahin ich gehe zu den dachen das lange ist mir ja wirklich aber wirklich aber wirklich 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 zu blöd blöd ist haben wir zwei ziele ich glaube geht so denn ich gehe nicht dahin gehe ich da da bin ich da wie geht es gut passt mal sehen ah ja 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 parallel ich nehme okay ist der fies meine fangen würde will man nicht nein muss man halt sein ja ich verstehe chart aber sogar muss auch nicht Gehen wir da hin? Diese Bestie! Geht mir auf der Piss. Mal sehen, was passiert. Trinkt kurz was, Leute. Oh, okay. Moment mal, ich muss was schauen. Ich habe nur eins, okay, gut. Okay. Okay. Och, nicht schon wieder Google Lens. Scheiße! Oh. Das war nice. Es gibt so viele Monster. Die Google finde ich die schlimmste von allen Monster, welche hier gibt in der Umgebung. Im Dreier finde ich es nicht so schlimm, weil diese Kurse sind nicht so oft gekommen. Und weil die so... Nicht so schlimm. Beschissen wollte ich schon sagen. Nicht so schlimm. Weil die war unter der Erde. Und die sind überall saugende Oberfläche. Hier. Und greifen die schon an. Bei drei war irgendwie eine Masse. Masse. Am bisschen da. Am bisschen da. Und dann da. Kannst du dich besser gefühlen. Mehr hast du gegen Menschen gekämpft als hier. Nee. Oh. Loll. Volltrafer. Hast du was? Nö. Das wird auch nicht. Ja. Gut. Oh. Muni. Whitgi. Was haben wir da? Warte. 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 Farte. Warte. 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 Jut.